So, ich habe mir wieder ein bisschen was bei Trendaffe.de bestellt und dann habe ich hier so einen Dosenkühler, Drinkcooler steht hier. Halte deine Getränke eiskalt. So, ich werde den aufgreifen, der hat natürlich eine coole Form. Das ist aus diesem Gummi, ist das. Da kann man dann so zu sorgen, seine Cola-Dose kann man hier reinstellen und dann bleibt die kühl. Soll sie kühl bleiben? Die Frage ist, das ist natürlich auch cool mit diesem Schlagding, aus welchem Grund auch immer. Ich habe es mir einfach gekauft, weil es einen Euro gekostet hat. Da habe ich mir gedacht, das Ding will ich einfach mal haben. Ja, ist halt nichts Besonderes. Wie man sieht, einfach nur aus dem Gummi. So. Also, wer mal auf Trendaffe.de shoppen geht, kann das Ding, sofern es das noch gibt, sofern es das noch gibt, auf jeden Fall mal mitnehmen. Das ist echt witzig. Es sieht bestimmt auch ganz geil aus, wenn man mit einer Dose dann solche Stadt läuft. Obwohl, das sieht glaube ich nicht so geil aus. Aber ist egal. Hier habt ihr das Ding wenigstens mal gesehen. So steht da drüff. Patent. Keine Ahnung. Okay. Das war es auch schon wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis denn dann. Ciao.